es ist die leute ja was kann ich jetzt groß sagen ich hab verkackt nein nicht unbedingt dich sondern das Elegato Game Capture es hat die Tonspur nicht mit aufgenommen und auch das Bildmaterial ist irgendwie komisch das wegen dem Ton werdet ihr am Schluss in der nächsten Folge noch merken aber das ist jetzt nicht Thema es ist so Volk 4 von Let's Play Engine 14 ist leider nicht hier vielleicht ist es auch besser ich weiß es nicht weil ich bin ein bisschen rumgeraged ich habe 4 zu 1 verloren ja ich hoffe ihr nehmt mir das jetzt nicht übel dass die Folge nicht kommt äh ich meine es ist ein Spiel also und ich sage jetzt das ist wichtig sehen wie schon gesagt ich hab 4 zu 1 verloren und ja bisschen bisschen ausgerastet halt sowohl im Spiel als auch jetzt äh ich hatte nicht gewusst dass äh die Folge fail war weil ich gerade äh zwei Folgen am Stück aufgenommen hatte und äh ja es tut mich jetzt ein bisschen an aber ja man kann nichts ändern dran leider ich konnte die Tonspur halt nicht verwenden und nachsynchronisieren war ich hierzu vor allem möglich zu sein damit das Video Material auch noch am Arsch ist sozusagen dann äh kann ich das so nicht bringen fühlte ich die Qualität ist nicht gut genug und ja ich hoffe ihr kommt jetzt mit dem auch gut genug über die Runden und der ja ich will sagen wir sehen uns das nächste Mal bei Letzte NHL Part 5 könnt euch drauf freuen wird ein spannendes Match kann ich jetzt schon sagen bis dahin Leute euer FC Zerfrik Tschüss